Boah, jetzt weiß ich, wieso es der schwerste Boss ist. Jetzt weiß ich's. Und ich bin Game Over und deswegen... Ich weiß nicht, ich will einfach... Ich will endlich mal durch, deswegen ist es mir jetzt scheißegal, ob ich jetzt Guild zeige oder ob ich mit Mrs... Mrs... Ich bin ja über Imba weitermache. Und wie man sieht, Mrs. Über Imba ist über Imba. Mrs. Imba ist Imba. Boah. Ah, doch nicht. Nein, Mrs. Imba ist gleich tot. Auch nicht schlecht, ne? Da denkt man sich so, boah, ist die Imba und dann ist sie nicht Imba, nicht mal annähernd. Guckt, dann ist sie tot. Das Schönste, wo gibt, ey, wenn man so overpowered Charaktere spielt, ist, wenn sie sterben. Wenn sie trotz allen Sachen, die man beachten kann, immer noch sterben. Irgendwie habe ich gerade genau das gleiche gemacht wie... Nein, ich habe nicht ganz genau das gleiche gemacht wie vorher. Das kann man mir nicht vorwerfen. Ich bin diesmal an einer anderen Stelle gestorben. Ja, komm. Blounce. So. Mit ein bisschen mehr Feingefühl geht das alles. Muss ja. Muss ja, muss ja. Bam. Haha. Brauche ich doch alles hier gar nicht. Bam. So. Jetzt können wir bei Miss Über Imba auch mal gucken, ob das Ganze mit dem Fallen klappt. Das... Dem Fallen, nicht den Fallen. Äh... Fledermäuse treffen immer noch. Sehr schön. Von daher ist die ganze Spielmechanik immer noch für den Arsch. So. Wir sind aber immerhin schon mal ein Stück weiter. Hurra. Und der Typ kann uns weniger als wenn wir mit Günther spielen. So. Jetzt kommen wir hier aber nicht hoch. Wir kommen hier immer noch nicht hoch. Geil. Das war das, was ich eigentlich erwartet hatte. Ich weiß auch nicht wieso. So. Und jetzt hier. Richtig böse, richtig böse, richtig böse. Oh, ich habe eine Schüttkröte da hinten, die ich kriegen kann. Nein, meine Vögelein. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfalle. So. So, egal. Erstmal hier. Gucken wir uns den Kerl hier an. Der kann nix. Wir springen drüber. Der kann auch nix. Der kann nix. Also, die können irgendwie alle nix. Gut, dann hätten wir das. Ach ja, das erinnert mich irgendwie an die WoW-Zeiten. Wo es noch hieß. Ja, was kann denn nur der Boss hier? Hm. Der kann nix. Den hauen wir jetzt um. Wow. Wow. So. Unten lang. Ich will lieber unten lang, weil unten lang hat mir irgendwie besser gefallen. Zur Not. Hier habe ich jetzt Doppelsprung. Hier kann ich weniger runterfallen. Wow. Fertig. So. Ach so. Ja, ein Schalter. Den müsste man auch mal betätigen. Und hopp. Nein, nein. Wow, das war knapp. Das war richtig knapp, ey. Das war mal, oh, das war ja mal das Übelste vom Knappen her. Ach so, ja. Ich kann ja das machen. Mach ich aber nicht, denn bringt mir nix. Weil, wer stumpfst denn nicht irgendwo? Nein, 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 nein. Stürb nicht. Ich habe gesagt, stirb nicht. Niemand hört auf mich. Niemand hört auf mich. Oh, ich habe jetzt wieder meine Schildkröte. Klasse Sache. Äh, nein. Zack. Weg ist sie. Und so muss das auch. Zack. Nichts da dran. So, jetzt werden wir erstmal hier drauf springen. Ist ja alles kein Ding. Ding, ding, ding. Ich würde jetzt glatt weg wissen wollen, was da drüben ist und ich gehe das Risiko ein. Es ist ein Liederbuch. Ich will meine Schild... Ey, ich wollte meine Schildkröte wieder haben. Schildkröte, ja klar. Äh, Schildkröte natürlich. Was passiert eigentlich, wenn sie singt? Sterben dann alle an ihrem Gesang oder was? Wow. 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 Geil, ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Bämsen. So. Und hier haben wir wieder dieses Soundobjekt. Nein, es ist Geld. Auf einmal ist es Geld. Natürlich ist es auf einmal was anderes. Warum sollte es immer doch gleich das gleiche sein? Das macht keinen Sinn dann. Das ist jetzt nicht wahr. Und sie... Hey, sie bleibt auf dem Wasser liegen. Sie ist auf dem Wasser liegen geblieben. Moment. Was? Ich bin schon wieder Game Over? Ähm... Äh, stimmt ja. Ich bin ja am Anfang ziemlich oft gestorben. Toll. Toll. Klasse. Ja, Schauder. Schauder würde ich jetzt auch sagen. Ist es auch. Es ist ein Schauder, ey. Schauder, welches das? Ja, er ist runter. Nein, ist er nicht. Jetzt ist er runtergefallen. Wie das Herz, was ich haben wollte. Wo ich leider ein bisschen doof war. Mit dem... Angriffsknopf. Bam. Bam. So. Jetzt einfach mal hier lang. Einfach warten und... Runter und... Ha, drüber springen. Genau. Ich wette, ich kann das so machen. Kann ich auch. Gut. Ja, nein, nein, nein. Wehe, du hättest mich da runtergeschmissen. Ey, wer? Alter. Dann hätte ich dich voll fertig gemacht. So. Dich mach ich noch fertig. Dann mach ich hier fertig. Und blöderweise hab ich... Hm, muss ich wieder unten lang. Schade. Mach... Lässt sich nichts machen, meine ich. Bam. Ja, mit der müsste es eigentlich sogar noch leichter gehen, auch die zu besiegen, wenn man nicht reinläuft. Wenn man nicht so doof ist wie ich und reinläuft. Nein, will ich nicht. Fallen meine Vögel nur wieder runter und das ist einfach nicht gut. So. Jetzt mach ich dich noch fertig. Du willst mich eh nur treffen, aber das darfst du nicht. Denn klappt ja nicht. Achso, ich wollte ja aber unten lang. Ah. Ja. Ich kann ja auch da unten lang dann. Ich hab ja hier schließlich eine vernünftige... Figur. Zack. Tada. So. So. Drehtüren. Ah. Irgendwie dachte ich mir ja sowas schon, aber... Irgendwie hat sich mein Verdacht dann auf einmal nicht bestätigt und dann dachte ich, ja, doch keine Drehtüren. Aber dann waren es doch Drehtüren, wie man gesehen hat. Konnte jemand folgen? Oh. Oh. Toll. Jetzt darf ich doch wieder unten lang. Ich geh lieber wieder unten lang, denn ich will das da haben. Ist besser. Bäm. Nein. Du, böser. Ja, so. Genau so machen wir das. Und dann sind wir alle glücklich. Und ich will auch endlich hier durch, durch das Spiel. Und ich will Eier legen. Ich will Eier legen. Warum will ich Eier legen? Keine Ahnung. Ich kann ja noch hier oben lang. Dann kann ich mal... Wow, 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 wow. Das war jetzt ein bisschen schnell war. Und dich mag ich auch nicht. Aber er ist weg. Schön. Der ist jetzt auch weg. Und dann gucken wir mal, was da hinten in der Glühbirne drin war. Ja, ich weiß, Glühbirne ist ein bisschen anders. Sieht ein bisschen anders aus und so. Aber das ist halt eine Uhrzeit-Glühbirne. Auch Packel genannt. Aber sonst geht's, ne? So. Ja. Tu mir nix. Tu mir auch nicht. Aber du. Tust mir auch nix. Hm. Das nehm ich mit. Ich könnte natürlich auch mal gucken, was... Was passiert, wenn ich oben lang gehe. Aber ich hab mich jetzt so an den unteren Weg gewöhnt. Moment. Wenn ich von hier abspringe, dann passt's. Ha. Sehr schön. Im Abschätzen bin ich dann doch noch halbwegs gut. Vor allem bei Kochrezepten dann. So. Wow, wow, wow. Nicht treffen lassen von dem Vieh. Das war nämlich eine... Gelbe Medusa. Die war böse. Äh, die kann mich auch versteinern. Oh, na... Ich will nicht schreien. Ich muss. Ich muss schreien, wenn ich sowas sehe. Wenn ich solche Unfährigkeiten sehe. Das ist ja wie bei Ninja-Guiden. Nicht besser. Ganz und gar nicht besser. So. Ha. Jetzt hab ich dich. Jetzt bin ich einfach mal oben lang gegangen. Ohne unten zu gucken. Ist mir egal. So. Der ist weg. Das ist schön. Und jetzt werden wir uns um den kümmern. Der ja sowieso nicht treffen kann. Weil er nur rennen kann. Ganz toll. Der ist so schlau. Die KI in diesem Spiel ist ja auch manchmal echt der Hammer. So. Moment. Abschätzen. Und wieder geschafft. Schön. Und jetzt geht's weiter. Kommt hier noch was? Ja. Medusa-Heads voraus. Hinten. Und überall. Das war knapp. Versteinernde Medusa-Heads sind noch schlimmer als normale Medusa-Heads. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Bitte, liebe Kinder. Die sind böse. Die tun euch weh. Die tun euch nicht nur weh, meine ich. Die versteinern auch. Klingt komisch. Ist aber so. So. Jetzt mal das probieren. Hm. Mist. Bringt nicht viel. Wenn die nicht treffen. Jetzt aber. Haha. Ja. 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 So geht's natürlich. Fast. Auch. so ja du hast es wenigstens versucht dafür sollst du auf die fresse kriegen bist du blut ist ich bin schon wieder ich bin dem tode geweiht ganz ehrlich mein letztes leben und ich soll dann noch die schlange machen klar doch sonst noch ein wunsch h 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 Nein, nein, lass mich nicht fallen. Es ist so unfair, oder? Okay, ich werde jetzt nicht die ganze Stage wieder zeigen. Ich werde jetzt einfach versuchen, bis zum Boss zu kommen. Und dann ist gut. Und dann will ich den auch legen. Schön. Bis gleich.